Hallo, ich bin der Squishy-Dobos, der familienfreundliche Advents-Tinten-Fisch, heute am 5. Dezember 2021 und damit gleichzeitig am 2. Advent, nachdem wir den 1. Advent irgendwo dahinten im November schon verklappt hatten. Ja, und da Advents-Zeit ja gleichzeitig auch Familienzeit ist, habe ich mir einfach mal Verstärkung aus meiner eigenen Familienblase mitgebracht. Und da die Auswahl da nicht so wahnsinnig groß ist, ist es Flemmel. Tut mir leid. Also, äh, hallo Flemmel. Ja, hallo. Ja, äh, wundervoll. Also, äh, Flemmel, sag mal, ähm, was würdest du dir denn so als Geschenk zu Weihnachten wünschen? Ja, also, eigentlich habe ich immer an eine Ahnen-Homöopathie gedacht, ne. Die wünsche ich mir schon seit Jahren, aber irgendwie schenkt mir die keiner. Ja, und deswegen habe ich mir halt gedacht, ich wünsche mir jetzt einfach mal so ein Seelen-Coaching. Ein was? Na, ein Seelen-Coaching. Und, äh, was für totaler komplett umgekrempelter Bullshit ist ein Seelen-Coaching? Na ja, guck mal hier. Ach, du Schande, was ist das denn für eine? Ja, das ist halt die Sylvia von Baschwitz, ne. Und die macht nun mal das Seelen-Coaching. Ja, und mit dem Seelen-Coaching kannst du dann halt deinen Seelen-Plan erkennen. Was zum Teufel soll denn das jetzt wieder für Kram sein? Ja, und damit kannst du dich halt von allen Lasten der Vergangenheit und Gegenwart befreien. Und kannst dir damit endlich ein glückliches und erfolgreiches Leben erschaffen. Äh, ja, nee. Äh, wie denn? Ja, also pass auf, ne. Wenn du so deinen Sinn im Leben suchst, ne. Was? Naja, wenn du deinen Sinn im Leben suchst, dann brauchst du halt so einen Seelen-Plan, ne. Ja, und die Sylvia von Baschwitz, die macht das halt, indem sie sich dein Geburtshoroskop anschaut. Also, äh, also erst mal, was soll ich mit nem Sinn im Leben? Rein biologisch ist der Sinn im Leben eigentlich nur Ficken. Ach nee, Rorschach, komm, weg mit dir. Höhöhöhöhöhöhöhöhöh. Äh, ja, aber, äh, theoretisch hat er recht. Aber ganz ehrlich gesagt, es gibt keinen Sinn des Lebens. Ja, da oben mal so ne Verlinkung da hat, so ne Podcast, den ich da mal gemacht habe. Ja, also, äh, was soll ich mit so nem Ding? Eigentlich reicht es doch, wenn man irgendwie einigermaßen weiß, dass man am Leben ist, dass man damit Spaß hat, dass man damit niemanden auf den Tintenbeutel geht. Und, äh, ansonsten muss man, äh, ja, die Zeit einfach halt nutzen, die man hat. Hier, sagt dieser komische Graubann auch. All we have to decide is what to do with the time that is given to us. Ja, also, hier geht's aber, ja, halt, und ein Geburtshoroskop und die Sylvia, die macht mit dir dann eben ein einstündiges Coaching, um einem mit Hilfe des Horoskops zu erzählen, wo so die Reise hingeht, ne, und dass man mal Klarheit hat, so, und so, ja. Also, wie jetzt? Die Tante erzählt mir nur aufgrund der vollkommen arbiträren Zuordnung irgendwelcher Himmelskörper, die irgendwelche Griechen dann zu lustigen Rohrschacht-Tests... Hallo? Ach nee, komm, geh weg! ...zu irgendwelchen Rohrschacht-Tests zusammengezuppelt und haben, äh, jetzt, wo der Sinn in meinem Leben sein soll? Ernsthaft? Und, äh, muss ich da hin? Kommt die vorbei? Nee, die macht das mit nem Zoom-Call, ne, so voll modern, ne? Ja, Astrologie und voll modern. Schon Knarflöppel. Ja. Was? Ja. Äh, äh, also, äh, Horoskop und Sinn des Lebens in einem Zoom-Call, was kostet mich der Spaß? Ja, du, das ist voll das Schnäppchen, so ein Zoom-Call mit Horoskop und Coaching kostet gerade mal so etwa irgendwie 185 Euro. Wie bitte? Für eine Stunde Gefasel über Sternchen und, äh, Planeten und, äh, Ascendento-Dingsda-Mumsta? Ja, das ist voll das Schnäppchen, ne? Äh, 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 hast du nix Vernünftigeres? Irgendwas Günstigeres oder so? Ja, da würde ich dir dann ne Aura-Heilung empfehlen, ne? Wie bitte? Also Aura-Heilung doch halt, ne? Also, dass die Aura, also dieses feinstoffliche Energiefeld, das deinen Körper umgibt, geheilt wird. Wusste nicht, dass sie kaputt ist. Ja, und wie macht sie das dann? Irgendwie durch Hand auflegen oder so oder, äh, weiß ich nicht, mit, 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 mit Aura-Pflaster? Ja, nee, das geht halt auch online. Da kannst du hier so ne Einzelsession buchen. Aber die kostet dann halt nur 170 Euro die Stunde. Ist halt ohne Horoskop, ne? Also, Moment mal. Ich, ich bezahle für ne Stunde 170 Euro, damit sie mir meine Aura reparieren kann? Per Fernheilung oder so? Ja, das ist die ultimative Lösung zu deiner Transformation. Ey, weißt du, wen ich gleich transformiere hier? Komm, Flappel, bleib mir weg mit dem Scheiß. Es sei denn, naja, vielleicht habt ihr irgendwie 170 oder 185 Euro übrig für grobkörnigen Bullshit. Dann Randa zu Sylvia von Baschwitz und, äh, ihr, eh so scheiß da. So, morgen kann ich euch schon mal versprechen, Montag, da geht's richtig rund für den Arsch. Jawoll. Bis dahin, einfach, ne, das übliche Abonnieren, Glocke, scheißegal, Schaktülyt und so weiter. Hallo. Hallo.